Und schön, ich habe mit einem Freund etwas Ufail und Noah macht es letztlich am Ufail und da habe ich mich inspiriert, dass man Vorspeite, gebackene Aubergine mit Tahin-Joghurt und Granat-Äppeln, dazu ein Blattspinalsalat und ein Haftfleisch-Begallis. Guten Appetit! Du musst mal die Schraube sehen? Ja. Ja, dann wach mal, dass du die übernachst oder so. Dann legen wir die Hände und dann gucken wir auf. Ich bin im Halle, nicht nur enttäuschend, sondern im Halle. Dann sind die Heide. Du musst richtig, großer, großer. Wir brauchen einen Plötchen, ein kleineser Mal auch zu geben. Und dann brauchen wir meine Mama und Jana. Wir brauchen jetzt meine Frau, Ingrid, keine Schlange, oder? fugzlos, wir brauchen eine große Rolle. So, ich habe mich vorerst gehört. Kommt der Rätschie des Mordes aus. Super! Soll ich dich nicht mehr in dich? Heller mit dem Sommer! Hehlmittelgast feinwäßiger Apfelsiebe-Lieberwoll. Voller Geschmack bei weniger Fett und weniger Kalorien. Und das ist nur eine von vielen leckeren Desast-Lieberwoll-Spezialitäten. Das tolle am iPhone ist, wenn du herausfinden willst, was deine Freunde machen. Gibt es eine Help dafür? Wenn du herausfinden willst, was andere über ein Restaurant denken, Gibt es eine Help dafür? Wenn du herausfinden willst, genau wo dein Auto geparkt hast, Gibt es auch dafür eine Help? Ja. Es gibt für fast alles eine Help. Auf die Machung. Ich bin gerne viel unterwegs. Man kann auf die Padone schlagen. Aber jetzt geht's direkt bei Tigerbrink. Wen? Nimmst du mal mit? Machst du so? Auf unterwegs. Ach, hier drin. Geht's. Unterwegs. Unter der Wasseroberfläche der Toiletten liegen. Ach, hier drin. Ich bin so meiner. Doch,好的. Wenn du rauskriegst, dann wirst du ein Tempel der Block weg. Aber du bist noch mit 10 Bits. Das war's nicht, was du herregelt. Und es war nicht. Bei uns in dieser Reihe zu holen. Jetzt neu, auch mit Lendenbauer. Entdecken Sie die Faszination Afrikas. Neu von Cremissimo. Safari Afrika. Die neue Schokoladen-Vanelie-Eisidee mit intensiver Schoko-Sauce, fein-aromatischem Kakao und knackigen Schokoladezern. Ken und Weg mit Cremissimo Safari Afrika. Neu von der Mese. Wer peinzigartigen Kaffee umbietet?